Er wollte doch eigentlich abhauen. Wie kommt der da schon wieder hier rein? Ja sicher, das haben wir ja gesehen. Voller Dornen und kaputt zerstört. Was ist auch gegen... Wen hat's getroffen? Hallo? Den Abt. Such a... It seems fake to end your benevolent goddess. Ha 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 ha. Ai ai ai. Uh. Verrückter Narr. Alle die wir retten wollten sind gestorben. Verrückter Narr. 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 Amen. Ich glaube jetzt wird die Zeit auch, dass er uns anschließt und auch Lomagos verfolgen möchte anscheinend. Werden wir jetzt gleich mitbekommen. Aber wenn es nicht für dich gewesen wäre, könnte der Kapitän Marcello so gut getötet werden. Insofern, der Kapitän des Templars hat... Wir sehen uns später dann. Zum Hauptmenschchen. Er ist mit seinem Botox-Lippen da. Unser König ist auch da. So. 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 Das heißt, wir sind jetzt zu viert im Bunde. Und sind natürlich auch... Einer macht stärker, aber die Monster werden natürlich gleichzeitig auch mit stärker. Das bleibt natürlich in dem Spiel nicht aus. Ah, eigentlich eine Weltkarte. Wow. Das wird auch Zeit. Die wünschen euch auch die schöne Reise. Jetzt gehen wir noch bei euren Büchern hier dran. Kleidungsstück und zwar gibt es. Ah, ein Zaubergewand und Gelettenkappe. Okay. Wie gesagt, da sieht man das halt, was man halt dann finden kann und herstellen kann. Im versteckten Bumerang. Ein neues Rezept und Bumerang wird etwas Spitzes. Okay, wird wohl Messer oder so an sich heißen. Gott. Wenn es das war, dann gehen wir jetzt fix nach unten hin. Und sollten dann wohl... Ne, das ist falsch Richtung. Die nicht. Da haben wir es verlangen. Nö, macht mir nichts aus. Macht mir sogar Spaß, dich mitzunehmen. Oh, wie Zeus. Da, 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 da. Okay. Zu dieser Aufführung sage ich jetzt nix. So. Ab nach links. Jetzt die schnellste Möglichkeit weiterzukommen. So, können wir jetzt hier... Wie können wir denn jetzt in... Ah, da sind wir. Aber man kann den Cursor nicht bewegen. Das heißt, da ist noch... Da waren wir auch schon. Da sind Dörfer, wo wir hinreisen können. Alles klar. Wie soll ich sagen, folgen wir einfach den Weg. Aber jetzt können wir gleich gucken. Ah, Wanden und Drachen. Aber warte mal, können wir schauen, was hat er denn hier noch nix. Zauberheilung. Säusel und Stärkung. Okay. Okay. Okay, kommt ganz gut mit da, klar. Jetzt bin ich aber überlegen. Das vielleicht doch... Ich weiß nicht, ob man da mit einem Schützen machen kann. Alles fehlt eigentlich immer so irgendwie was Bogenschützen-mäßig ist eigentlich im ganzen Raum. Und das haben wir nicht. Okay, wir können uns auf jeden Fall was kaufen da oben. Da wollte ich jetzt hingehen. Oh, was hätte ich. Aber nicht schon in der Wahrheit. Würziger Käse. Okay, jetzt sagen wir mal... Bevor wir irgendwas weitermachen, mal eben transferieren. Obwohl wir könnten... Machen wir nochmal hier was in den Kessel rein. Machen wir eins des Halber hier. Das hier raus. Dann starten wir. Dann machen wir nämlich ein Arznei noch. Gott. Was ich eigentlich machen wollte, wäre eigentlich transferieren einerseits. Transfer. So. Transfer. Die Frage ist, hat Jessica... Ne, die hat jetzt das Ding natürlich nicht erauft. Das heißt, wir rüsten den wieder damit aus. Rüsten ihn. Ausrüsten. Ähm. Die Mini-Medaille, da ist er doch. Im Bedarfsfall benutzen. Benutzen. Schauen wir mal, nicht benutzen. Transfer. Bekommt er da mehr raus? Super, bekommt er schon. Yo. Goldner Gebetskrank. Ich glaube, der lässt sich auch mit was einführen. Ich sage jetzt, wie ich bin. Wir machen schon, bis jeden posso cookies. Vielen Dank.